So Leute, da bin ich schon wieder zurück. Ihr seht schon, gestern erst der Luca mit seinem Krisenpaket, davor auch schon Barbossa09 alias Moritz. Ich sag ihr, seid einfach bescheuert. Ich sag ja, was derzeit so abgeht auf meinem Kanal, generell auf YouTube, ist wirklich, ist es einfach, keine Ahnung, krank? Ich weiß gar nicht, wie oft ich noch Danke sagen soll. Aber wie immer, ich versuche Danke zu sagen, indem ihr quasi euer eigenes Video bekommt, wenn ihr mir etwas schenkt. Und so ist es auch diesmal. Denkt dran, geht gerne in die Videobeschreibung, lasst gerne ein Abo da, liked ein Video, guckt euch ein Video an, denn jeder hat die Chance verdient, genauso wie ihr mir auch die Chance gegeben habt. Und in dem Sinne gucken wir jetzt einfach mal, was der Moritz uns geschenkt hat. In 3, 2, 1. Die Grave. Danke, danke, danke Moritz. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ich sag ja, ich hab gefühlt, fast alle Emotes und eigentlich eigentlich eigentlich, eigentlich alle wirklich nur durch euch. Ich kann immer wieder nur Danke sagen. Danke für den Support. Lasst gerne ein Like auf das Video da. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. Schau gerne im Live-Team vorbei, wenn ich mal live bin. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.